Ah, jetzt können wir abzischen. Ohne Heilung, mit nicht ganz so viel wirklich Muni, es ist doch zum Verrückt werden. Oh, Junge. Ich kann jetzt nur hoffen, dass ich noch ein paar Stimpaks oder so finde. Ey, ich bin sonst so am Arsch, was will ich mit meiner Lebensleiste ausrichten? Hm, wofür zieht der Hebel? Damit ich ihn nicht betätigen kann. Das finde ich sehr diskriminierend, wenn ich mal so drüber nachdenke. Gut, die wenigste Munition nehmen wir. Äh, ja. Ich weiß nicht, ich denke mal, ne, das sind hier ein Arschvolkbomben. Oh mein Gott. Hehe. Ja, das... Ah! Bist du bekloppt? Ey, er tritt da, bist du bekloppt? Mal hin! Äh... Ich dachte gerade, ich muss das erste Auslösen, aber noch gut. Ach so soll es jetzt heißen, es wird also ausgelöst, wenn ich hier eine Falle auslöse. Das ist ja übel. Ah, du heilige Feist. Ah, oh nein. Wow. Wow. Oh, Junge. Mir war gerade ein bisschen schlecht. Oh, hier sind so viele Kästchen. Ah, Leslie. Ich bin hier. Kid, Kid, Kidman. Ist sie auch hier? Kid, Kid. Geht's ihr gut? Geht's ihr gut? Ihr gut. Geh zurück. Ich mach das auf. Nein, Leslie. Leslie! Du kleine Bumsbörne, du. Du musst ruhig ble... Er tut mir immer so leid, ne? Ich weiß nicht, Lässe, die tut mir immer richtig leid. Na los, Kleiner, dann geh mal da durch. Ich weiß nicht. Ich sag euch, wie es ist. Ich sehe schwarz. wo wir sagen, kein wheelsboot ist. Na gut, ähm. Alter! ja ich hab keine Dings gleich mehr oh Junge äh in Sonne ich antworte die gleiche auf deine Nachricht grad ist bisschen schlecht ich steh grad unter enormen Stress dort falsche falsche Falte stirbt doch rein wach oh ja der ist gut oh Gott alter wow der war gut ah ah nein jetzt kann ich nicht mal rennen jetzt mehrmals ja achi genau nun mal die Gäste umbewegt sich bewegt sich bewegt sich das ist wie gleich mein Untergang ich hab ja immer so ein Talent und ach so nicht wahr er ist so ein Arsch ne ja es sieht übel aus so ich hab den Markt geschaut er hat es nicht zu Ende gespielt auch nicht im Stream ah ok danke für die Info da schade eigentlich gleich macht er das irgendwann mal nochmal ja so und ich überlege jetzt mal am besten wie ich zuerst der wird ja um mann oder und welche Möglichkeiten sind auch sehr eingeschränkt wenn ich das mal so überlege ich könnte jetzt versuchen erst einfrieren dann sollte ich möglichst eigentlich schon Dings Barthel Paratmann nein ach so Prozent ich habe gedacht genau das ist ja auch so eins meiner Talente das macht ihn ein bisschen sauer ne ich glaube das ist eine gute Taktik ach was das ist eine sehr gute Taktik ne die merke ich mir nimm da Jimmy Clipschie mit oh nein ich werde da sticken ich werde da sticken ich werde trotzdem das Jimmy Clipschie haben ja wir können da ja durchgehen trotzdem ich lasse doch hier den Haufen Jimmy Clipschie doch fächelig ich euch lassen wo doch er kommt schon das ist gemein wo ist er denn es nicht wo ist er denn verreckt oh ich habe eigentlich gar keine Zeit gehen zu suchen das ist gemein da kann ich den Jimmy Clipschie einfach nicht mitnehmen aber ich sollte hier alles mitnehmen was nicht nied- und nagelfest ist muss ich das nicht auch mitnehmen Junge Alter ich sehe ich schon aber ich muss mich beeilen sonst sterbe ich gleich weil ich keine Luft mehr habe oh beeilung 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 nein hier Todesängste nein na gut ich renne einfach an ihm vorbei ich glaube das ist eh sinnlos ihn hier zu töten den habe ich gerade benutzt genau wollen wir mal die Tüte das Problem an der ganzen Story gerade ist ja nur dass ich ne echt Alter kaum mehr der meine Luft ich hab Angst ich schaff das nicht wie war verstehe ich nicht wo muss ich denn hin hallo äh ach hier sondern deiner äh ich antworte gleich ne ich sterbe hier aber sonst glaube ich gleich ne das ist so übel das ist so übel echt ist das ist nicht so jetzt haben wir mal wieder im Moment Luft ich weiß jetzt gar nicht wo ich hin muss muss ich wieder raus muss ich wieder wo muss ich hin bin bin mir gar nicht sicher okay raus geht ja schon mal nicht geh weg von mir aber irgendwo muss ich doch hin hä hä geh weg oh hänner okay das ist jetzt scheiße ich hab grad das Gefühl ich sitz fest wir brauchen mal noch äh nein 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 was mach ich denn ich brauch kältebeuten hier stell mal her oh scheiße hm ja na gut es ging ja hier noch ne so jetzt Moment wo muss ich denn hin und ich werde einfach sterben weil ich gar nicht weiß wohin oder muss ich ihn jetzt töten ich weiß hör auf oh wow du bist jetzt tot komm ich jetzt irgendwie weiter jetzt nehme ich den Jimmy Hübschi aber mild oh ja jetzt geht's auf ich bin gleich tot so es tut mir jetzt auch leid ich muss mir jetzt aber die Zeit nehmen den nächsten Schwung mit ihm überlebe ich nicht ich brauch ein paar Dinge hier ich weiß zwar nicht ob mir das irgendwie nützt aber wo jetzt hin oh ich hab das Gefühl ich weiß überhaupt nicht was ich machen soll ich weiß überhaupt nicht was ich machen soll dafür brauch ich jetzt das Rad hey äh wo das Rad haben wir so gut herklingen können oh ich werde das nicht überleben ne ich werde das nicht überleben nimm es schnell ja ich gehe ich habe keine Zeit zu lesen oh kacke schnell ach warum friert er nicht ein ah ich bin so am Arsch ich bin so am Arsch alter los ein Kältebeutel oh herrlich ausrüsten wo ist er denn hin da genau jetzt lass mich einmal in Ruhe äh schneller 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 ach scheiße Mann ich kann nicht rennen ich kann nicht rennen ich kann nicht rennen geh weg oh ich werde zu sterben ich werde zu sterben war das hier ja jetzt mal hin ach du kacke ach du kacke ach du kacke ach du kacke ätzende Scheiße ätzende Scheiße äh ich hab gerade mein Abo-Box geschaut du hast mir ein Follow da gelassen danke ähm bitte auf Youtube oder hier weißt du jetzt gerade gar nicht tut mir leid wenn ich da den Überblick verloren habe aber wenn ich dich abonniert habe dann äh hat mir dein Input wahrscheinlich auch gefallen also brauchst dich dafür nicht bedanken und alles normal ich kriege ein zu viel ne ey jetzt Leute ernsthaft mal das doch grad nicht war na gut lässt sich ja leider nicht ändern äh Mist alter hier okay naja dann ne äh wie gesagt braucht dich hier nicht zu bedanken äh 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 ich hab grad schon Blut und Wasser gesetzt und er zählt die ganze Pisse noch nicht mal was ich bin grad so ein bisschen raus ne tatsächlich uah ja und alles noch einmal hm hm naja na gut ich versuche mich jetzt mal wie ein bisschen zu konzentrieren oder nein noch besser wir machen ganz kurz eine Pause dann hole ich mir noch was zu trinken kann einmal kurz ein und ausatmen und dann machen wir frisch gestärkt hier weiter genau Leslie was soll das warum hast du es ausgesperrt damit ich hier nochmal konzentriert daran gehe und jetzt hier nicht fuchtig werde also sag ich mal schon mal äh dann bis gleich ne dauert nur ein paar Minütchen so bis gleich t 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 Vielen Dank. 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 Ja, das ist jetzt scheiße. Nee, scheiße, aber na gut. Ja, das ist jetzt... 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 Ja, das ist... 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 Prozent und hier ihr habt nie warte aber was mache ich so ganz ruhig an die Hand ein paar und ruhig hat er gerade besser funktioniert als ich gedacht habe wenn ich ehrlich bin und jetzt laufen laufen falsche Richtung laufen 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 ich denke mal Evie das Problem ist nicht die Zeit wie lange ich Luft habe das Problem ist viel eher dieses Kackvieh jetzt sind jetzt habe ich mich ein bisschen verframmest aber gut wir sind wieder auf dem rechten Pfad ach ich und das jetzt mal ernsthaft er kann nur so wenig rennen gerade als Bulle das ist total weiß ich nicht na gut mal lieber ein bisschen schneller so doch meine Vorgehensweise ist schon gar nicht so verkehrt aber es hat man auch komplett an der Uwe so Untertitelung des ZDF, 2020